Florida im Süden der USA. Ein Paradies für Strandurlauber. Doch auch im Sunshine State wird es mal Winter. Das ist die Zeit der Manatis. Wenn es im Meer zu kalt wird, schwimmen sie die Flüsse hinauf. Dort gibt es warme Quellen, die sie anlocken. Unter Wasserkameramann Thomas Behrendt will mehr über die Seekühe erfahren. Am Golf von Mexiko macht er sich nach ihnen auf die Suche und findet Erstaunliches heraus. Es ist kalt geworden in Florida. Unter 10 Grad Celsius. Selbst der Golf von Mexiko kühlt ab. Thomas Behrendt hofft deshalb in einem der letzten naturbelassenen Flüsse der Region Manatis zu finden. Im Schutzgebiet drängen sich die Wildtiere. Ein Streifenkauz. Und ein Grauhörnchen. Vor Thomas Augen beginnt plötzlich eine Jagd. Braunpelikane beim Fischen. Nachdem die Vögel durch Pestizide Mitte des letzten Jahrhunderts fast ausgerottet waren, haben strenge Schutzmaßnahmen dafür gesorgt, dass sie heute nicht mehr gefährdet sind. Thomas hat seine ersten Bilder im Kasten. Und es geht gut weiter. Eine Seekuh. Mein Gott, hab ich ein Glück. Das gibt's doch gar nicht. Hierher. Genau. Ja. Juhu. Hallo. Oh, du hast ja einen tollen Mundgeruch. Ein Atem, der nach Wasserpflanzen riecht. Seekühe sind reine Vegetarier. So was gibt's, glaub ich, nur hier. Ich hab das noch nirgendwo auf der Welt entdeckt oder erlebt, dass Meerestiere so nah an einen herankommen. Ich hab nur die Hand ins Wasser gestreckt. Und das Tier kommt zu mir. Die Seekuh ist auf dem Weg zu den warmen Quellen am Ursprung des Flusses. Nur dank solch natürlicher Heizungen können die Tiere so weit nördlich wie in Florida überleben. Sie brauchen eine Wassertemperatur von mindestens 20 Grad Celsius. Die meisten Artgenossen leben in der Karibik und Lateinamerika. Ihre nächsten Verwandten sind Elefanten. Das zeigt sich nur noch an ihren Fingernägeln. Angekommen am Quelltopf kann sich das Tier erst einmal ausruhen. Mit dem Wissenschaftler Bob Bondi will Thomas tauchen gehen. Bob kennt die Manatis wie kein anderer in Florida. Manatis sind doch eigentlich Meeressäuger, die im Ozean leben. Was machen die hier im Fluss? Sie sind ans Meer angepasst, aber sie fühlen sich auch hier wohl. Sie kommen in die Flüsse, um Süßwasser zu trinken, um im Warmen zu sein und um nach Futter zu suchen. Ich habe hier ein Satellitenbild vom Golf und der Gegend hier. Manatis können unglaubliche Entfernung zurücklegen, von Floridas Nordwesten bis zur Südspitze. Sie schwimmen die Atlantikküste sogar bis nach Rhode Island bei New York hinauf. Ihre Fähigkeit zu wandern ist außergewöhnlich. Manatis sind richtige Marathonschwimmer, wenn sie müssen und wenn sie wollen. Der Crystal River ist eins der wichtigsten Winterlager für Seekühe. Noch vor 20 Jahren war sein Wasser überall kristallklar. Dann veränderte ein Bauboom das Ökosystem. Heute sind nur noch die Three Sister Springs so klar wie früher. An den Quellen will Bob kontrollieren, welche seiner Schützlinge hier überwintern. Er beobachtet sie seit den 1970er Jahren. Sie sind Teil seiner Familie geworden. Es ist ein Privileg. Als ich vor 30 Jahren damit anfing, gab es hier nur wenige Manatis. Heute sind es mehr und wir sehen, dass unsere Schutzmaßnahmen greifen. Es sind großartige Tiere und wir können so viel von ihnen lernen. Bob erkennt jedes Tier am Aussehen. Immer dabei ein wasserfester Stift und eine Tafel. Das ist meine Methode, mir unter Wasser Notizen zu machen. So gut ich konnte, habe ich den Umriss eines Manatis gemalt und wenn ich Narben auf einem Tier sehe, zeichne ich sie ein. Ich merke mir die Zahl der Fotos, die ich mache und notiere sie, sodass ich später im Büro beides einander zuordnen kann. Auch nach über 30 Jahren ist sich der renommierte Forscher nicht zu schade, seine Daten selbst zu sammeln. Ich kann nicht anders. Man muss Manatis einfach gerne haben. Einst haben Seeleute See-Meerjungfrauen getauft. Die waren wohl sehr, sehr lang auf See. Aber wenn man sie sich mal genau anschaut und über ihr lustiges Gesicht hinweg sieht, sind es sehr interessante und lebenswerte Wesen. Bobs Notizen erzählen die Lebensgeschichte einzelner Manatis. Manche werden bis zu 50 Jahre alt. Jedes Mal, wenn er sie wieder sieht, haben sie sich verändert. Oft sind es Verletzungen durch den Menschen, die die Tiere zeichnen. Grundsätzlich ist kein Manati sicher verboten, mit denen es sich seinen Lebensraum teilt. Wie man sehen kann, haben viele Manatis, nicht alle, aber die meisten, Narben von Zusammenstößen. Im Crystal River Schutzgebiet gibt es deshalb Geschwindigkeitsbegrenzungen für Boote und Zonen, in die kein Mensch hinein darf. Langsam wird es Abend. Thomas hat einen ganz besonderen Greifvogel entdeckt. Da oben ist ein Fischadler. Mit ein bisschen Glück geht er gleich auf Jagd. Dank scharfer Augen nimmt der Adler noch die kleinste Bewegung im Wasser wahr. Das ist ja eine richtig fette Beute. Ein Weißkopfseeadler. Er hat ein Auge auf den Fisch geworfen. Der amerikanische Wappenvogel ist fast doppelt so groß und kann dreimal so schwer werden wie der Fischadler. Er greift an. Er jagt seinen Gegner den Fluss hinauf. Jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Ach du lässt ihn fallen, ich fass es nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, er kreist. Der Seeadler sucht den Fisch. Vielleicht findet er ihn nicht oder der Fisch ist untergegangen. Mal schauen. Anders als der Fischadler taucht ein Seeadler nicht freiwillig ins Wasser ein. Er fängt seine Beute nur an der Oberfläche. Dazu gehören auch Wasservögel und kleine Säugetiere. Der untergegangene Fisch ist für ihn verloren. Zwei sich streiten. Gibt's Arbeitsessen für Thomas. Am nächsten Morgen erwartet eine Kolonie Waldstörche die Forscher. Das ist das Schöne daran. Das ganze Gebiet ist zwar zum Schutz der Manatis da, aber es bietet Lebensraum für alle möglichen Wildtiere. Es ist ein wundervoller Ort und es gibt viele… Hey, sieh mal, da sind Delfine. Sie kommen oft zum Fressen dem Fluss hoch. Und ich wette, sie werden versuchen, die Fische ins flache Wasser zu treiben. Sind es zwei Delfine? Ja, zwei. Und da ist auch noch ein Pelikan. Ja, die Pelikaner haben gelernt, dass man mit den Delfinen leicht an Fisch kommt, weil die Delfine für gewöhnlich immer Erfolg haben. Sie treiben die Fische ins Flachwasser und fangen sie mit Hilfe ihres Sonars. Die beiden Jäger haben einen Schwarm umzingelt. Er kann nur noch in Richtung Ufer ausweichen. Doch dort geht es nicht weiter. Für die Fische bleibt nur die Flucht nach oben, raus aus dem Wasser. Jäger. Jägerfolg für die Delfine. Bob hat Thomas mitgenommen. Er will ihm einen verwundeten Manati zeigen. Das Tier trägt einen Peilsender. Es ist auf jeden Fall irgendwo in diesem Bereich hier. Die Antenne fängt das Signal klar und deutlich ein. Mit Hilfe der Technik haben die Wissenschaftler auch herausgefunden, welche Zonen im Schutzgebiet für den Menschen komplett gesperrt werden mussten. Manatis haben feste Bewegungsmuster. Das konnten wir dank der Sender feststellen und so ihre Wanderungen verfolgen. Das ist sehr wichtig, denn sie benutzen die gleichen Wasserstraßen wie wir mit unseren Booten. Zusammenstöße sind da ein ernsthaftes Problem. Da ist der Eingang zur Schutzzone. Vielleicht finden wir hier den Manati. Da ist er! Unter der Senderboje verbirgt sich eine Seekuh mit ungewöhnlicher Verwunderung. Wir waren überrascht, als wir diesen Manati zum ersten Mal sahen. Es schien so, als hätte er eine Narbe von einer Schraube. Aber dann stellten wir fest, dass es ein Haibiss ist. Das Tier wurde im Meer angegriffen, bevor es nach Crystal River kam. Allerdings gibt es kaum Hinweise darauf, dass Manatis von Haien oder Alligatoren erfolgreich erbeutet werden. Das kommt vor, aber es ist sehr selten. Zum Glück für die Manatis. In einem Nebenarm des Flusses entdecken Bob und Thomas eine Mutter mit Jungtier. Im Winter können die Tiere nicht zu den reichen Nahrungsgründen ins Meer schwimmen. Nur tagsüber verlassen sie die warmen Quellen, um am Flussgrund zu grasen. Seekühe sind die einzigen Meeressäuger, die sich von Pflanzen ernähren. Sie fressen etwa acht Stunden am Tag. Dabei nehmen sie bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichts zu sich. Bei großen Tieren sind das etwa 100 Kilo Grünzeug. Thomas erlebt einen außergewöhnlichen Moment. Das Jungtier schwimmt zu seiner Mutter, um zu säugen. Das ist natürlich eine der intimsten und wunderbarsten Situationen, in die man sich überhaupt hineindenken kann. Das ist wirklich erstaunlich. Anders als die meisten Säugetiere haben Manatis ihre Zitzen unter den Achseln. Sogar ihr indianischer Name stammt wohl von dieser Eigenart. Manati heißt Brust. Das Kind wird einfach mitgeschleift, egal ob die Mutter isst oder mit an die Wasseroberfläche geht. Ich habe das eigentlich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, sie lässt sich absinken und das Kind kann dann in Ruhe trinken. Aber so ist das eben. Das Leben geht weiter und das Kind muss mit. Mit einem Kind am Rockzipfel ist das Fressen schwieriger. Alle acht bis 15 Minuten muss die Seekuh zum Atmen auftauchen. Sie kann längst nicht so viel Sauerstoff in ihren Muskeln speichern wie Robben oder Delfine. Einzigartig sind die Lungen der Manatis. Sie erstrecken sich über den gesamten Rücken fast bis zum Schwanz. In einem Zug hat das Junge den gesamten Vorrat leer getrunken. Erst wenn die Mutter neue Milch produziert hat, wird es wiederkommen. Bis dahin geht es auf Entdeckungstour. Nur ein paar Meter weiter, ein Manati in Not. Das Tier ist unterkühlt. Eine lebensbedrohliche Situation. Eine Rettungseinheit von Behörden und Schutzorganisationen ist alarmiert. Sie soll das Tier bergen und in ein Manati-Krankenhaus bringen. Der Wissenschaftler Andrew Garrett hat das Kommando. Eine Kollegin hat das Tier entdeckt und berichtet, dass es ausgehungert und unterkühlt aussieht. Darum müssen wir es einfangen und medizinisch versorgen. Es ist fürchterlich kalt hier erstmal und die Tiere sind ja offensichtlich sehr empfindlich. Und ich hoffe, dass wir das Tier möglichst schnell rausbekommen. Weil wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann wird es wahrscheinlich sterben. Schon bald erreicht das Team die Bojen der Schutzzone. Die Schwierigkeit ist, das Netz an Bord zu ziehen, ohne dass der Manati entwischt. Es soll ein kleineres Tier sein. Trotzdem ist es mühsam, eine wilde Seekuh zu fangen. Doch erst einmal müssen die Retter den Manati wiederfinden. Die Wissenschaftlerin Monica Ross sucht nahe der warmen Quelle im Wasser. Mehrere Tiere haben hier Zuflucht gesucht. Schließlich entdecken die Retter das unterkühlte Tier. Die Wissenschaftlerin signalisiert die Position. Das ist das Zeichen, auf das Andrew gewartet hat. Er legt das Netz aus. Der kranke Manati ist umzingelt. Auch in der größten Hektik behält Andrew den Überblick. Es ist nicht seine erste Rettungsaktion. Das Team muss sich beeilen, damit das Tier so wenig gestresst wird wie möglich. Schließlich haben sie es fast. Vorsicht, nicht die Flosse einklemmen. Lass die Flosse locker. Endlich ist die Seekuh auf dem Boot. Doch mit ihr auch ein blinder Passagier. Und der Patient? Ich habe das Gefühl, dem Tier geht es überhaupt nicht gut. Es liegt richtig apathisch auf dem Boot und hat sich überhaupt gar nicht gewehrt. Man hätte ja irgendwie gedacht, dass das jetzt irgendwie rumflippt. Und ich weiß es nicht genau, aber es sieht nicht gut aus. One, two, three. Das Tier muss schnellstens raus aus der Kälte. Der Weg ist weit. Die Fahrt mit dem Rettungswagen zum nächsten Manati-Krankenhaus dauert eine Stunde. Die Klinik im Lorry-Park-Zog von Tampa ist eine von drei Auffangstationen für Seekühe in Florida. Das erschöpfte Tier ist ein Weibchen. Ein ganzes Team von Tierärzten und Assistenten hat die Patientin erwartet. Dr. David Murphy spritzt Antibiotika. Sie ist in schlechtem Zustand. Gezeichnet von der Kälte mit vielen Infektionen an der Flosse und am Rücken. So geht sie wohl schon eine ganze Weile. Mit den nötigsten Medikamenten versorgt, kommt das Tier in ein Warmwasserbecken. Manatis haben einen so niedrigen Stoffwechsel, dass sie nur wenig Körperwärme produzieren. Ihr Zustand ist kritisch. Wenn sie die ersten zwei Tage überlebt, hat sie vielleicht eine Chance. Aber momentan ist sie wirklich am Ende ihrer Kräfte und könnte uns ganz leicht in den nächsten 30 Minuten oder bis morgen früh wegsterben. Kaum im Becken gibt die Seekühe jedoch Grund zur Hoffnung. Sie beginnt zu fressen. Und Dr. Murphy tauft sie Thomas zu Ehren auf den Namen Fraulein. Ich freue mich. Ich freue mich richtig, dass es jetzt hier im warmen Pool ist, sich ein bisschen aufwärmen kann. Und das wird sicherlich die Überlebenschancen deutlich steigern. Mit Glück wird Fraulein durchkommen. Ein neuer Morgen an den Three Sister Springs in Crystal River. Noch schlafen die Manatis völlig ungestört. Das soll sich bald ändern. Kurz nach Tagesanbruch füllen sich die Quellen mit Touristen. Die ehrenamtliche Manati-Schützerin Tracy Colson dokumentiert den Menschenauflauf. Sie hofft damit in Zukunft einen besseren Schutz für die Tiere zu erreichen. Ich muss dir den Herrn im blauen Anzug zeigen. Seit 15 Minuten streichelt er diesen Manati. Tracy wünscht sich, dass das Anfassen ganz verboten wird. Eine gefährdete Art in ihrem Rückzugsgebiet. Die Behörden schauen einfach weg, obwohl Menschen mit einer gefährdeten Art rumhantieren. Es macht mich wütend, dass die Manatis das ertragen müssen. Sie kuscheln sich hier zusammen, versuchen sich warm zu halten, auszuruhen und Energie zu sparen. Und dann kommt jeden Tag diese Invasion von Schwimmern, die keine Ahnung haben, was sie den Tieren damit antun. Sie blockieren sogar den Zugang zu den Quellen. Diese Mutter mit Kalb kehrt deshalb um und bleibt in kälterem Wasser. Das sind einfach zu viele Leute. Thomas ist schockiert. Wenn man einfach ruhig abwartet, kommen die Manatis meist von allein. Man muss gar nicht erst zu ihnen hinschwimmen. Wir haben uns da ein Videomaterial angesehen. Es wäre toll, wenn du etwas dazu sagen könntest. Wenn man ein Manati, so wie diese Person hier, unter der Flosse kitzelt und es anfängt herumzurollen, dann denken die Leute offensichtlich, es würde gern gekrault werden. Aber ist das wirklich so? Oft rollen sie herum, um jemanden abzuschütteln. Das ist ihre einzige Möglichkeit, einer Berührung zu entgehen. Man kann das bei Weibchen beobachten, wenn sie verwaiste Kälber abschütteln, die säugen wollen. Dann drehen sie sich auf den Rücken oder machen eine Schraube nach der anderen, um das fremde Junge fernzuhalten. Und hier sieht man eine Schwimmerin, die den Manati dauernd reibt und kratzt. Das Tier dreht sich fortwährend. Sie denkt wahrscheinlich, es mag das und möchte seinen Bauch gekrault bekommen. Aber es versucht einfach nur, die Person loszuwerden. Die einzigen fremden Wesen, von denen sich Manatis anscheinend gerne berühren lassen, sind Fische. Sie befreien die Seekühe von Algen, Parasiten und abgestorbener Haut. Selbst das ist manchmal unangenehm. Nicht nur Sonnenbarsche nutzen die Manatis als Nahrungsquelle. Auch Meereschen schauen gelegentlich vorbei. Thomas hat eine weitere Verabredung. Mit dem Flugzeug startet die Biologin Joyce Clean im Winter jede Woche zu einer Zählung der Manatis am Crystal River. Nur aus der Luft lässt sich in kurzer Zeit der gesamte Bestand erfassen. Ich arbeite hier schon seit fast 20 Jahren und ich liebe die Manatis. Wie Menschen hat jedes Tier seine eigene Persönlichkeit. Heute sind die meisten Seekühe in den markierten Schutzzonen. Ich sehe da unten all die Bojen. Wie effektiv ist so eine Schutzzone? Die Manatis scheinen zu wissen, wo die Zonen sind. Sobald Leute oder Boote unterwegs sind, schwimmen sie in die Zonen, um sich dort ungestört auszuruhen oder um sich an den Quellen aufzuwärmen. Im Winter 2010 zählen Wissenschaftler in ganz Florida etwa 5000 Manatis. Ein Rekord. Das liegt an den ungewöhnlich kalten Temperaturen. So sind mehr Tiere als sonst in die wärmeren Flüsse gekommen. Einige Hundert haben sich an einer künstlichen Wärmequelle versammelt. Dies ist der Kühlwasserkanal des Kraftwerks. Das erwärmte Wasser wird hier eingeleitet und die Manatis kommen und nutzen es zu ihrem Vorteil. Hier ist eine Mutter mit ihrem Baby. Der Kanal ist Schutzgebiet. Doch in Zukunft sollen in den USA modernere Kraftwerke die Umwelt mit weniger Warmwasser beeinträchtigen. Die Manatis sind inzwischen abhängig von solchen künstlichen Warmwasserquellen. Wenn man das Kraftwerk jetzt abschalten und diese 200 bis 500 Tiere ins kalte Wasser schicken würde, wäre die Zahl der Toten enorm. Es gab solche Fälle. Dabei haben wir die Tiere sozusagen vor unserer Tür erfrieren lassen, weil sie der Kälte ausgesetzt waren. Gäbe es denn genug natürlichen Lebensraum für die Manatis? Wir denken, es gibt mehr, als bis jetzt genutzt wird. Deshalb hoffen wir, dass die Tiere voneinander lernen. Anstatt ein Kraftwerk mitten im Winter abzuschalten, wenn die Tiere das warme Wasser brauchen, könnte man das lieber früher machen. So könnten einige Mütter ihren Kälbern den Weg zu anderen Quellen zeigen. Das wird nicht alle retten, aber immerhin ein paar. Im Schutzgebiet von Crystal River haben die Fischadler mit dem Nestbau begonnen. Das Paar ist schon im zweiten Jahr hier. Beim letzten Mal ist ihnen das Nest noch vor der Brut abgestürzt. Diesmal soll das nicht passieren. Mit aller Sorgfalt platzieren sie die Äste. Das Material wird nicht vom Boden gesammelt, sondern frisch gepflückt. Mittlerweile hat das Bauwerk einen Durchmesser von gut einem Meter. Fehlt nur noch ein bisschen Polstermaterial. In der Kings Bay, der großen Inlandsbucht des Crystal River, starten Bob Bondi und Kollegen heute unter den Manatis eine Gesundheitskontrolle. Großeinsatz für die Wissenschaftler. Gut 50 Männer und Frauen sind dabei. Okay, macht euch bereit, Leute. Wir haben hier ein einzelnes Tier. Wir werden mal versuchen, Kuh und Kalb aufzuhalten, damit das Tierzeug durchkommt. Okay, wir warten noch, bis die letzten vorbei sind und legen dann los. Sind sie jetzt durch? Ist das der einzelne? Genau, dort und hier noch einer. Na dann los, schneid ihn in den Weg ab. An der Hauptverkehrsader von den warmen Three Sisters Quellen zu den Nahrungsgründen im Fluss wirft Andrew das Netz aus. Wir haben ihn. Die Wissenschaftler wollen das Tier direkt auf den Strand ziehen. Die Untersuchung soll zeigen, in welchem Zustand die Manatis in Florida sind. Dazu müssen heute etwa acht Tiere das Wasser für kurze Zeit verlassen. Los, wickelt ihn ein. Ein großes Tier kann bis zu 1500 Kilo wiegen und hat viel Kraft. Ich brauche hier noch jemanden auf meiner Seite. Genau hier. Wichtig ist nun, dass das Tier weiter atmet. Das Team muss regelmäßig den Atemreflex mit Wasser auslösen. Atmet es? Ja. Gut, lass uns 15 Sekunden warten, dann machen wir das nochmal. Lass ihn sich etwas ausruhen, bevor wir weitermachen. In einem provisorischen Labor am Strand warten Tierärzte und Spezialisten auf den Manati. Bob prüft den Zustand der Zähne. Sie wachsen das ganze Leben lang nach. Was ist denn jetzt deine größte Sorge beim Umgang mit dem Tier? Vor allem muss alles schnell gehen. Das hier ist ein gesundes, junges Weibchen. Es hat ein paar Pilzschäden und kleinere Wunden von Schiffsschrauben, die sehr gut verheilen. Das macht einen ordentlichen Eindruck. Die Wissenschaftler nehmen Blutproben. Und um das Tier in Zukunft identifizieren zu können, setzen sie ihm einen Chip ein. Mit einem Sensor lässt er sich von außen durch die Haut ablesen. Regelmäßig lösen die Ärzte den Atemreflex aus und versorgen das Tier mit Sauerstoff. Bob hat eine Hautprobe für genetische Untersuchungen genommen. So wurde festgestellt, dass sich die Manatis am Golf kaum mit denen der Atlantikküste vermischen. Also ich bin ziemlich beeindruckt, wie viele Gedanken man sich hier gemacht hat, dass es den Tieren wirklich gut geht. Und wie professionell das alles organisiert worden ist. Denn der ganze Ablauf ist hier wirklich total durchgetaktet. Und man hat den Eindruck, hier wird sehr viel Sorgfalt darauf gelegt, dass die Tiere möglichst ganz kurz nur diesen Untersuchungen ausgesetzt sind und dann gleich wieder in die Freiheit können. Nach einer guten halben Stunde hat das Tier die Untersuchung überstanden. Der Stress hinterlässt keine Schäden, nützt aber dem Schutz der Tiere in ganz Florida. Ja. Am Adlerhaus bahnt sich ein romantisches Rendezvous an. Das Nest scheint zu halten. Grund genug für eine erste Paarung. Die beiden werden ihr Liebesspiel die nächsten Tage oft wiederholen, bis sie sicher sein können, dass ihre zwei bis drei Eier erfolgreich befruchtet sind. Bob und Thomas sind zum Hauptquartier der Wissenschaftler nach Gainesville gefahren, um die Proben der Gesundheitsuntersuchung und die Fotos auszuwerten. Hi Kathy, wir sind zurück aus Crystal River. Gut, wie lief es? Gab's viele Tiere? Oh, sie waren überall. Gute, klare Bedingungen. Warum ist das Fotografieren so wichtig? Wenn wir Tiere in verschiedenen Teilen des Staates oder auch außerhalb fotografieren, sehen wir, wie weit sie wandern können. Und wir erfahren vielleicht, warum sie wandern. Wir haben einige Langstreckenzüge dokumentieren können, nur weil wir sie anhand der Narben erkennen konnten. Gerade die hunderte Kilometer langen Wanderungen entlang der Küste führen oft zu Verletzungen durch Boote. Two of Diamonds ist eins unserer sehr alten Weibchen. Ein Teil ihrer Schwanzflosse wurde von einer Schiffsschraube abgeschnitten. Insgesamt konnten wir bei ihr 18 verschiedene Narbenmuster dokumentieren. Heißt das, sie wurde 18 Mal von einem Boot überfahren? Ja, sie wurde 18 Mal verwundet, mindestens. Schon bald werden die Unfälle wieder zunehmen. Denn im Frühjahr wird es wärmer. Und die Manatis machen zum Fressen immer häufiger Tagesausflüge in die Flussmündung. Thomas versucht ihnen zu folgen. Es ist schon ziemlich erstaunlich, wie die Manatis überhaupt aus dem Flusssystem herausfinden aufs Meer. Denn der Fluss, der Meandert, die in tausend kleinen Schleifen, da drüben gibt es zehn in die Richtung und darüber wahrscheinlich noch 20 andere. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie die den Weg überhaupt rausfinden aufs Meer. Die Antwort darauf hat möglicherweise ein Forscher in Sarasota. Thomas will sich mit ihm treffen. Im Meereslabor von Maud forschen Wissenschaftler zum Schutz vieler Meerestiere. Hier leben die weltweit einzigen Manatis, deren Verhalten in Tests untersucht wird. Hugh und Buffett wurden einst in einem Vergnügungspark geboren. Heute sind sie mehr als 20 Jahre alt. Immer wenn Buffett eine künstlich erzeugte Strömung im Wasser wahrnimmt, soll er das Pedal anstoßen. Bei korrekter Wahrnehmung gibt es Futter. Sonst nicht. Joe Gaspard und sein Team wollen mit den Experimenten herausfinden, wie präzise Manatis auch die kleinste Bewegung im Wasser orten können. Das Geheimnis steckt in den Haaren, die die Manatis am ganzen Körper haben. All diese Haare haben besondere Rezeptoren, die Bewegungen wahrnehmen können. Wir denken, das funktioniert ähnlich wie beim Seitenlinienorgan der Fische. Sie spüren so Strömungen und Objekte in ihrer Nähe. Könnten Sie mit diesen Haaren auch ein näherkommendes Motorboot bemerken? Ich denke, das ist eher eine Navigationshilfe, auch unter Artgenossen. Es wäre schwierig, damit Motorboote zu orten. Dazu müssten sie schon sehr nah sein. Und dann wäre es längst zu spät zum Ausweichen. Sie wirken so langsam und einfältig. Sind sie wirklich so? Das denken viele Leute. Aber bei unserer Arbeit mit ihnen in den letzten elf Jahren haben wir herausgefunden, dass sie sehr clever sind. Ähnlich wie Delfine und Robben, die allgemein für intelligenter gehalten werden. Wie viele Tiere werden Manatis oft unterschätzt? Das Fischadlerpärchen erwacht wie immer hungrig. Es ist ein guter Tag zum Fischen. Doch die Jagd glückt nicht einmal den Adlern immer. Wenn tatsächlich einer Beute macht, gibt es stets Nachbarn, die sie ihm abjagen wollen. Diesmal hat das Männchen Glück und der Rivale das Nachsehen. Es bringt den Hornhecht heil nach Hause. Bevor die Manatis ganz in den Golf von Mexiko verschwinden, möchte Thomas sie noch einmal im Fluss aufstöbern. Ich treibe einfach so hier. Und das Manatis kommt so auf mich zu. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Diese Ruhe, die das Tier ausstrahlt. Das tatsächlich interessiert an mir. Thomas erliegt den Zauber der Meerjungfrauen. So wie einst die Seefahrer. Ich muss jetzt rein. Seekühe werden auch Sirenen genannt. Und die haben schon so manchen ins Wasser gelockt. Von den meisten blieben nur bleiche Knochen. Kaum das Thomas im Wasser ist, macht sich das Wesen aus dem Staub. Was hat es vor? Thomas sucht ahnungslos. Thomas von hinten zu überraschen, erscheint dem Tier wohl sicherer. Ganz plötzlich kommt da dieser große Schatten in mein Gesichtsfeld. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Damit hatte der Filmer nicht gerechnet. Und dann fällt auch noch ein Baby über ihn her. Vielleicht auf der Suche nach Muttermilch. Das ist einfach unglaublich. Mein Herz sagt mir, ich möchte dich einfach umarmen und knuddeln. Und der Verstand sagt, nein, das geht nicht. Das ist ganz klar die emotionalste Erfahrung, die ich hier in den letzten Tagen gemacht habe. Ein einmaliges Erlebnis. Ich bin echt begeistert, was ich für tolle Aufnahmen bekommen habe. So ein bisschen zwiegespalten bin ich, ganz ehrlich gesagt, was den Schutz der Manatis angeht. Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass all die Menschen die Manatis kennenlernen und lieben lernen und damit helfen auch, sie langfristig zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir einen Weg finden müssen, dass man nicht zu nah an die Tiere rankommt. Sie fordern einen ja regelrecht heraus mit ihren Emotionen, die sich schnell aufbauen. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein in der Zukunft, diesen richtigen Weg zu finden. Das wird nicht einfach sein. Nach Thomas Dreharbeiten explodiert im Golf die Ölplattform Deepwater Horizon. 20 Mal mehr Öl läuft aus als bei der Exxon-Valdez-Katastrophe in Alaska. Niemand weiß, welche Wirkung das langfristig auf die Manatis haben wird. Im Manati-Krankenhaus erholt sich die Patientin Fraulein immer noch von der Kälte. Sie scheint eine Kämpfer Natur zu sein. Ich denke, wir müssen abwarten, ob sie einen Teil ihrer Flossen oder des Schwanzes verlieren wird wegen der schweren Kälteschäden. Das werden wir sehen. Ein anderes Tier soll heute zurück in die Freiheit. Baby Coral. Sie hatte nicht genug Zeit, zurück ins warme Wasser zu schwimmen, als es richtig kalt wurde. Wir wussten, wo sie steckte, weil sie einen Sender hatte. Wir dachten, dass sie sehr wahrscheinlich sterben würde, bevor sie die warmen Quellen erreicht. Also sind wir los und haben sie gerettet. Insgesamt hat der harte Winter 2010 in Florida mehr als 430 Manatis das Leben gekostet. So viele wie noch nie in einem ganzen Jahr. Groß ist die Freude über jedes gerettete Tier. Baby Coral bekommt wieder einen Satellitensender für den Fall der Fälle und für die Wissenschaft. In der Klinik hat das Weibchen gut 130 Kilo zugelegt und wiegt nun mehr als 400 Kilo. Ich glaube, die freut sich richtig. Ganz ruhig, leitet sie in ihr Element. Zusammen mit ihren Artgenossen kann Baby Coral nun in den Sommer schwimmen. Und in eine hoffentlich bessere Zukunft.